Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Just Cause 3. Ich hatte eigentlich schon eine Aufnahme gestartet gehabt und hatte einen wunderschönen Helikopter zum Kämpfen. Aber dann ist das Spielmeier abgestört. So, jetzt bin ich wieder hier gespawnt worden. Wow. Wie sieh' der Obrigkeit, warum das denn? Ich hatte einen wunderschönen Kampfhelikopter, den wollte ich auch noch zu einer Garage bringen. Aber dann ist das Spiel abgekotzt. Das kotzt mich gar nicht selber ein bisschen an. So, dann befreien wir halt eben die nächste Stadt hier. Wenn mir schon so etwas passiert. Dann wollen wir mal die nächste Stadt. Befreien. So. So. Okay. Dann halt eben 3. Na komm. Oh, muss ich halt den Gewalt anwenden. Ich bin sowas von bereit. So. Geh' wir da oben hin. Bäh. Rebellen, kommt und befeilt die Snorad. Ah, wo kommen die denn her? Ah. Ah. Himmel der Arsch immer irgendwo Au Warum fallen die mir eigentlich immer um? Ja 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 Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Weg mit den Namenschild. Verstanden? Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Mann! Ich gehe nicht mal da oben hin. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. So. Ziel wurde nicht gefunden. Suche abbrechen. Machen wir erstmal diese Monitore. Na komm. Ah, da muss ich beeilen. So. So. Das wäre hin. Wo ist die nächste Werbetafel? Da komm ich nicht. Oh, das ist weiter weg. Äh, Weg. Weiter weg. Hören Sie auf. Das ist gefährlich. Mann. So. Ah. Weg damit. Gar keiner wird sie vermissen. Ja. Sehr sehr gut. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Und hab. So. Lautsprecher. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Nächstes Mal etwas mit weniger Schnurrbart. Vielleicht. An alle Einheiten. So. Wir haben noch einen. Die Person ist entkommen. Haltet die Augen offen. Hier ist doch irgendwo ein Lautsprecher. Lautsprecher. Da ist ein Lautsprecher. Und da ist die Werbetafel. Hinter mir. Wo ist die Hände? Hey. Wir sind nicht die bösen Jungs. Doch. Doch. Das muss ich gleich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Lass meinen Freudenruhe. Bringen wir es hinter uns. So. Wo ist die Werbetafel? Da ist die Werbetafel. Wie ist die Lage? Bitte komm. Scheiße. Ey. Ich hab fast keine Munition mehr. Verdammt. Das ist sehr, sehr schlecht. Nicht wahr? Ja. Sauberer Schuss. Ah. Ah. Munition kann man nie genug haben. Mehr sollte... Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Kein Problem. Nein. Die Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. So. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Erbitte Unterstützung. Kriegt die Verstärkung bevor wir so sind. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten Boden Team. Es wird keine Verstärkung geben. Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Ich weiß nicht, ob ich weglaufen oder zusehen soll. Die Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Und... Essen. Jawoll. Garage. Eine Stadt nach der anderen. So. Die Stadt wäre auch befreit. Aber ich will meinen Helikopter wieder haben. Rebellenabwurf. Kann ich jetzt ein... Parament. Das wäre ein Helikopter. Bulger Postolka. Den will ich gerne haben. Und zwar... Dort. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu unterstützen. Es ist Zeit, dass jemand aufhebt. Hallo meine Freunde. Es gibt gute Nachrichten. General, die Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Natürlich meine Teuerste. Da muss ich kurz mal um mich orientieren. Ähm... Ach, Karte. Kurze Orientation. Ähm... Beb, 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 beb. Da, beb, beb, beb. Okay, wir sind dort Das Gebiet müssen wir als nächstes abschalten Ich will diesen einen Helikopter wieder haben, Mann Plagia Okay, hier gibt es offenbar nichts Wegpunkte löschen Aber da hinten ist etwas Was meiner Zerstörungskraft Tollen Aufmerksamkeit bekommt Das ist immer wieder schön Aber das ist nicht eine Entfernung, definitiv Und die Leute wissen noch nicht mal, was ihnen geschieht Jawoll Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen Oh Das ist genau das, was ich brauche Das ist genau das, was ich brauche Ich will genau das da haben Und Los geht's Genau das, was ich haben möchte Ein großes, schönes Spielzeug Ah, ist das schön Irgendwas ist das, dass ich auch noch irgendwas böses offenbar Das sieht nur ein Betriebsauffall aus Ah, ich verstehe Hier ist das auch noch was Hier ist das, was den Rebellen gehört Fantastiker Pistolentraining Jawoll Was haben wir hier Schönes Warte mal Das gehört auch uns, ne Jawoll Das gehört uns Perfekt Dann wird es Zeit, das dazu zu zerstören Sie befinden sich aufs Sperrgebiet Verschmitten Die wollen mich hier wohl nicht Luftunterstützung ist unterwegs Wir schicken Verstärkung zu eurer Position Wir schicken Na komm! Jawoll! Na komm! Da ist mein Hubschrauber in Ruhe! Ich will den da behalten! Ja! Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle! Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet! Nee, das sollte ich nicht überlassen! Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch! Der Nächste, bitte! Boah! 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 Ah, verdammt! Ich würde eigentlich euren benutzen dafür! Schade! Findet ihn, so schnell es geht! Kopf hoch! Waaah! Aua! Wow, das ist ein Wettbewerb? Wow! Lalalalala Wuaah A-DAM-CH Waaah Das war's für heute. Ha 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 ha, geil. Oh yeah, it's feats editing. Kein Problem. Riko, Helikopter sind weg. Bereit zur Unterstützung. Sorge für eine problemlosige Landung. Keine Sorge, dafür will ich sorgen. Na komm. Weg damit. Du bist ja gerade schon lebensmühle, Freundchen. Na komm. So. Die Helikopter sind soweit, Rico. Ist alles bereit? Die Helikopter sind weg. 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 Wenn's Wasser wollt, dann leyst du die rewrite. ja ich will da oben ich bin wieder oben Nein, 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 wo ist es da? Was ist jetzt mit dem Wenzel hier, Penner? So, muss gerade mal gucken, ähm... So, da! Ich glaube, ich mache ja alles Wichtige. Ich würde niemanden vermissen. Moment, ein Doppleradar ist ja noch irgendwo. Muss ich mal kurz gucken? Dann ein Doppleradar. Schaltanlage... Und da ist der Doppleradar ist dort hinten. Da oben los. Das muss irgendwo sein. Jawoll. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Yes! Von uns gehört diese Basis. Oh Gott! Eine Basis mehr für uns. Das ist super. Und es wird eine weitere Basis. Hallo Bürger, die majestätischen Spitzen von Vigilator Nord wurden eingerissen. Nur damit ihr's wisst. Ja, das ist das Tagwerk des Ministeriums für Verschönerung. Meine Gefängniszelle könnte das auch brauchen. Viva Medici! Jetzt fällt mir auch das Radio ein, wie aus was ich die ganze Zeit meine. Aus The Walking Dead. Das Kapitol. Das ist wie das Kapitol, muss ich schon sagen. Ah, aber jetzt haben wir wieder eine Basis mehr. Jawoll. Hihihihi. Bald gehört uns hier alles wieder. Hab schon immer die erste Insel befreit. Das finde ich richtig super. Aber ich will nicht lange darum herumschätzen. Die Folge dauert schon wieder so lange. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao! Ciao!